Was geht ab Leute, euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in diesem Video geht es um die günstigsten, aber die geilsten Skins in Fortnite. Denn wie ihr ja sicherlich wisst, alle paar Tage kommen neue Skins raus und Freunde, es ist endlich soweit, wir haben neue Skins aus der Season 4 bekommen. Aber vorab, bevor wir damit überhaupt anfangen, vorhin eine ganz kleine Randinformation. Die Skins, die heute rausgekommen sind, sind die günstigsten, aber die geilsten Skins meiner Meinung nach. Und deshalb würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, unten in die Videobeschreibung zu schauen. Und dort findet ihr auf jeden Fall einen Link, wo ihr dann einfach easy peasy PSN Xbox und Steam Karten kaufen könnt. Beispielsweise, Freunde, kostet dort eine 10 Euro PSN Karte nur 8 Euro und mit dem Code Fraps spart ihr 5% Freunde. Und das Ding ist, ihr braucht wirklich nur eine 10 Euro PSN Karte. Wenn ihr dort bestellt, Freunde, wird die innerhalb von mehreren Sekunden geliefert, so circa 2 Minuten dauert das Ganze. Dann habt ihr das Ganze auf eurem E-Mail Ordner und könnt die PSN Karte einlösen. Checkt doch einfach den Link unten in der Videobeschreibung ab, Leute. Und natürlich, vergisst nicht, bei 200.000 Abonnenten gibt es ein mega krasses Gewinnspiel. Also, Freunde, geht jetzt hin und drückt auf den Abo-Button. Aber genug gelabert, starten wir mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So, Freunde, kommen wir auf jeden Fall zu den Skins aus Season 4. Denn wie ihr sicherlich wisst, habe ich vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen gehabt, wo ich euch die neuen Skins gezeigt habe, die in der Season 4 erscheinen werden. Und nun ist es soweit, die ersten Skins kommen raus. Und das Ding ist, Freunde, ganz kurz wollte ich noch was anmerken. Gestern wurde mein Video leider keine Benachrichtigung versendet. Deshalb drückt doch mal rechts oben auf die Infokarte und checkt das Video von gestern ab. Auf jeden Fall haben wir heute im neuen Shop das Raketen-Rodeo bekommen. Das kostet 800 V-Bucks und das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Emote, meiner Meinung nach. Kann man sich auf jeden Fall schon mal leisten. Ich besitze es schon bereits, weil es einfach cool ist, Freunde. Natürlich ist das nicht alles, was wir heute im Shop bekommen haben, beziehungsweise in den täglichen Shops. Beispielsweise haben wir auch diesen Feldwebeltypen hier und den feiere ich brutal geil, Freunde, weil das ist einer der seltensten Skins in Fortnite. Sehr wenig Leute laufen damit rum und dieser Skin mit dem Raptor-Rucksack sieht einfach mega, mega fresh aus. Deswegen kann ich euch diesen auch empfehlen. Außerdem ist dieser Emote sexy Schräglage im Shop, Leute. Und den würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Der ist auch ganz cool eigentlich. Wir haben hier auch den Skin Hyperion. Manche Leute sagen ja, der soll auch sehr selten sein vom Skin her, aber irgendwie feiere ich den nicht. Keine Ahnung, das reizt mich nicht, den irgendwie zu kaufen. Ist für mich ein komischer Charakter, aber wer es natürlich machen möchte, soll das auf jeden Fall tun. Dann haben wir die Imperium-Spritzhacke, die wir auch kaufen können, Leute. Und die kostet auch nur 800 V-Bucks, aber so geil ist diese nicht. Die macht nichts Spezielles. Die ist einfach nur, ja, eine Spitzhacke. Also nichts Besonderes. Nichts bewegt sich hier oder sonst was. Also deswegen würde ich mir da doppelt und dreifach überlegen, ob man sich diese Spitzhacke hier kauft oder nicht. Als letztes, Freunde, haben wir hier den Gleiter Jolie Roger. Das ist ein Gleiter, der schon sehr, sehr alt ist. Den gibt es schon bereits aus der Season 2, ganz am Anfang, glaube ich, soweit. Denn das ist ein Gleiter, der auch super selten ist. Der kommt nicht so oft in den Shop. Und falls ihr möchtet, Leute, könnt ihr euch das Ganze natürlich gönnen. Wie immer, Freunde, haben wir hier auch wieder neue Skins. Diese habe ich euch ja auch schon vorhin erwähnt gehabt. Und dort könnt ihr auch sehen, Freunde, dass da auf jeden Fall ein paar richtig krasse Sachen dabei sind. Als erstes fangen wir mal mit dem weiblichen Charakter an. Und zwar, Freunde, Nachtlicht. Das Coole bei diesen Charakteren ist, die sind einfach komplett in schwarz. Nur das Coole daran ist, einzelne Elemente leuchten im Dunkeln. Und es sieht brutal cool aus, wenn man in Fortnite in einer Runde ist. Außerdem leuchten auch die Haare von den Charakteren. Das macht das Ganze noch ein bisschen geiler. Und diese ganzen Skins sollen einfach eine Andeutung sein auf dem Feiertag in Mexiko. Und zwar ehrt man da die Toten und so weiter. Das ist eine lange Geschichte. Aber auf jeden Fall sind es Skins, die mit einer Kultur zu tun haben und mit einem Feiertag. Und dann haben wir natürlich den männlichen Charakter. Dieser ist auch Lightshow, Leute. Und das Coole bei dem Charakter ist, Leute, der kostet auch wirklich nur 800 V-Bucks. Und 800 V-Bucks sind wirklich nicht viel. Das Coole hierbei ist, seine Haare leuchten richtig cool in Pink. Und das Ganze sieht halt mega fresh aus. Ich werde euch die ganzen Charakter auch nochmal gleich zeigen in einer Runde. Natürlich haben wir nicht nur diese zwei Charakter bekommen, sondern wir haben auch einen Gleiter bekommen, Leute. Der ist auch noch super günstig und auch mega cool, weil er auch leuchtet. Der kostet 500 V-Bucks und den zu kaufen würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Dann haben wir eine Spitzhacke, Leute. Und zwar den Leuchtstab. Und das Coole bei diesem Leuchtstab ist einfach, dass das Ganze sich dort bewegt. Und da läuft einfach irgendwie Strom durch die Spitzhacke. Und die Spitzhacke sieht halt mega cool aus. Es erinnert auf jeden Fall dem Event, was wir in Rette die Welt gehabt haben in Season 3. Und deswegen habe ich mir das Ganze gekauft, hat mich ein bisschen an Rette die Welt erinnert. Auf jeden Fall waren das sozusagen die neuen Skins, Freunde. Das sind auf jeden Fall zwei mega geile Skins für 800 V-Bucks. Freunde, 800 V-Bucks, wenn wir ehrlich sind, ist wirklich nichts. Da solltet ihr euch auf jeden Fall mal euren eigenen Geist überwinden und euch das Ganze wirklich kaufen. Weil meiner Meinung nach lohnen sich diese Skins halt brutal krass. Und wenn ihr dann halt beispielsweise hier in einer Runde seid, könnt ihr schon erkennen, Freunde, dass dieser Charakter halt hier mega krass aussieht. Der leuchtet so cool und irgendwie hat dieser Charakter irgendwas, was mich mega freut. Und es sieht voll cool aus, meiner Meinung nach. Der Gleiter sieht auch richtig krass aus. Und deswegen, Freunde, kann ich euch diese Charakter bzw. diese Skins hier nur empfehlen. Und dann würde ich mich auf jeden Fall verabschieden, Freunde. Wie gesagt, checkt den MMO-Ga-Link unten in der Videobeschreibung aus. Und natürlich dürft ihr nicht vergessen, rechts oben auf die Infokarte zu klicken und das letzte Video von gestern anzuschauen. Wer das Video bis hierher geschaut hat, schreibt mal Hashtag Fraps Army unten in die Kommentare. Und dann würde ich aber sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.